Hey Leute und weiter geht's mit Winter Island 2 Es rutscht, das gefällt mir nicht Jetzt habe ich für die Feuerbälle eigentlich gar keinen Ton Das irritiert mich Das ist fies, das ist fies Das hat schon fast so ein bisschen wie der Kaizo Charakter Hm, wäre gerade nicht ein unsichtbarer Block Ich mag das Gerutsche nicht Sogar die Dinger sind rutschig Das sieht mir verdächtig aus Ist es aber nicht Uff, das ist noch Ist Gucken Bünzen sammeln Bin nicht mehr agierlich, was da drin ist Wahrscheinlich nur eine Feuerblume Liste Ja, das mache ich nochmal So, so ist es nämlich sicherer als wie ich da oben landen wollte Nein Okay, das war jetzt ein Sprung ins Leere Blinder Sprung Ich stehe noch Auch wenn ich dafür meine Blume Los bin Münzen Jawohl Mist Münzen Mist 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 So ist das schon besser Bist du verdächtig? Nein, du bist nur Rosa Na, vom vier Panzer Ähhh Ähhhh Schlechte Idee, Pilze hinterherzeigen. Oh, da finde ich den Panzer mit. Okay, ich lasse den Pilz jetzt Pilz sein, weil das ist gefährlich. Ah ja, da wäre ein Secret Exit gewesen. Na, Moment, das muss doch irgendwie gehen. Nur wie? Wie komme ich auf euch drauf? Na so nicht. Na so auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Hier. Ich habe eine Idee. Die hier runter kommen, auf den obersten, dann auf den, dann auf den, dann auf den. Auf den... Ne... Auf den... 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 Jetzt nur verfehle ich immer. Auf den... Auf den... Auf den... Auf den... Hmm... Hmm... Okay, daraus werde ich nicht schlau. Aber ich gucke mir ja später noch die Erleuchtung. Ihr müsst fliegen können durch den Yoshi. Ich schätze mir, das WI steht vor Winter Island. Jetzt geh halt weiter, Drive Boats, ich will da durch. Das ist fies. Aber man kommt schon als großer Mario durch, aber... Boah... Das leckt gerade. Ich habe einen Fehler gemacht, ich muss zurück. So, du kommst runter. Gehst wieder rauf. In der Zeit gehen wir hier durch. Ich... Ich mache ihn wieder platt. Ist wieder da. Geh weg. Nein. Die Rutsche ist kolossal... ...nervig. Aber in Drive Boats kann man Punkte verfahren, wenn wir sonst nötig haben. Oh Gott. Genau. Rang, habe ich mir schon gedacht. Okay, da darf ich gar nicht warten. Wir müssen... ...nein... ...denn... ...und... ...denn... 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 Na komm, die kriegen wir geglitscht. Ich auch. Womps. Ich weiß nicht, was ich von euch halten soll. Ah, da verschwindet dieser Durchgang, wenn die Pflanze hier wächst. Interessant. Na, die Yoshi-Münze lasse ich jetzt mal gut sein. Die brauche ich nicht unbedingt. Blöde Rutscherei, blöde. Was ich gerade sagen wollte, wir haben eine lustige Idee, wenn Drybones schon in die eine Richtung ausholt und man das irgendwie machen könnte, das dann doch spontan in die andere wirft, wenn man die Seite derzeit wegkommt. Und ein Ratsnore. Wenigstens hier ist der Boden nicht rutschig. Das ist schon sehr... Autsch. So, angenehm. So, angenehm. So, angenehm. Course clear. Continue and save. Oh, da diese Punkt meine kurze Pause will es gleich. Bis zum nächsten Mal.